Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß. Heute, letzter Tag, unsere Grillwoche, weil am Wochenende werden wir uns alle vom Grill erstellen, alles probieren, was du uns beobachten hast, Dominik. Und heute nur mal die perfekte Marinade fürs Fleisch. Wenn ich es am gleichen Tag mache zum Beispiel, dann kann ich da ein bisschen Salz dazu da. Wenn ich vorhabe, dass ich das Fleisch länger einlege, würde ich das Salz erst weglassen. Das ist spannend. Genau. Grundsätzlich brauchst du dann einfach Pfeffer, du brauchst vielleicht ein Barbecue-Gewürz, dann tue ich natürlich Knoblauch dazu, dann können wir uns auch Knoblauchöl nehmen oder ich tue einfach eine Knoblauchzechen ein bisschen abressen und dazu oder zu der Mischung mit den Ölen. Dann habe ich dabei Ingwer gerne dabei, sowas wie Kreuzkümmel, Paprika geräuchert. Was du halt magst, du kannst auch noch Kräuter dazu oder wieder frische, gell? Je nachdem Osmarin, Thymian und KM-Pfeffer für die Schärfe zum Beispiel. Das heißt, wenn ich es am Vortag zum Beispiel marinieren in den Kühlschrank lege über Nacht, wäre es schon gut ohne Salz? Würde ich ohne machen, gell. Boah, das ist echt nicht mehr neu. Salz entzückt immer Flüssigkeit. Gar nicht so gut dann. Du musst immer vorsichtig sein eigentlich. Das reicht vollkommen, wenn du es am Grill und drauf gibst. Und so zieht einfach die anderen Aromen super. Extra scharf mit Süß. Perfekt gekocht in einer Küche von Eilmannsberger. Denn am Ende schreibt man Küche mit E. Eilmannsberger. Sophia